Ein Spieltag ist gespielt und wir haben einen Überraschungstabellenführer in der Bundesliga. Hier, den VfB Stuttgart. Und wir haben einen neuen Supercup-Gewinner, mal wieder die Bayern aus München. Herzlichen Glückwunsch dazu. Herzlich willkommen bei beidfüßig bei der wettbasis.com. Es hat sich viel getan, es ist viel Bewegung drin in der Bundesliga und das alles wollen wir heute besprechen. Unter anderem auch, ist der Kader von Bayern München stark genug für die ganze Saison, für die Dreifachbelastung, Pokal, Champions League, Meisterschaft? Und sprechen darüber möchte ich mit Sascha Bigalke. Herzlich willkommen Sascha. Hallo Carsten. Im Moment machst du gerade deine Trennausbildung, ist das richtig? Genau, ja. Ich bin auch jetzt beim BfV gerade. Im Hintergrund siehst du die Taktik-Tafel. Also beschäftige mich nach der aktiven Karriere immer noch sehr viel mit dem runden Leder. Wir sind ja auch zusammen bei The Zone unterwegs. Sascha, es wird viel diskutiert. Ist der Kader der Bayern gut genug? In der Breite definitiv. Also da hat der FC Bayern in der letzten Saison, glaube ich, einfach ein paar Transfers getätigt, die ein bisschen nach hinten losgegangen sind. Man hat es auch gestern gesehen, der Saar kommt dann nur für Stanisic die letzten paar Minuten rein. Also von daher, ich glaube, so ein Marcel Sabitzer, der mehr oder weniger schon unter Dach und Fach stehen soll, der Transfer, würde dem FC Bayern sehr gut zugute stehen. Jetzt hat man gestern wieder gesehen, Coman hat sich vermutlich wieder verletzt. Also auch auf der Außenbahn, bin ich der Meinung, brauchen sie definitiv noch eine richtige Verstärkung. Sascha, gehen wir durch den zweiten Bundesligaspieltag. Da ist gleich am Freitag ein echt interessantes Spiel, denn die Enttäuschten und die auch enttäuscht haben, RB Leipzig gegen den Überraschungstabellen für gegen den VfB Stuttgart. Wie siehst du das? Ja, Leipzig hat natürlich schon ein bisschen Druck im ersten Heimspiel unter dem neuen Trainer gegen Mainz. Ja, da haben sie einfach nicht gut gespielt, haben sich natürlich das 1 zu 0 selber reingeworfen durch den katastrophalen Abwehrpazzer gegen eine Ersatzgeschwächte Mainzer Truppe, die allerdings in der letzten Rückrunde schon enorm viel Spaß gemacht hat. Dagegen der VfB Stuttgart, die wirklich einen perfekten Auftakt hingelegt haben. Kleiner Wermutstropfen, natürlich die schwere Verletzung ihres jungen Stürmers, aber da erwarte ich ein sehr heißes Spiel. Ich glaube, dass der Stuttgarter Trainer taktisch ja sowieso sehr gut vorbereitet immer ist und ich kann mir schon vorstellen, dass auch die Stuttgarter auch in Leipzig durchaus punkten können. Kommen wir zum Samstag. Ein Duell im Westen. Leverkusen gegen Gladbach. Beide unentschieden am ersten Spieltag. Wie ist diese Partie einzuschätzen? Ja, beide wollen ganz klar nach Europa. Wird natürlich schon mal so ein erster Gradmesser für beide. Gladbach hat für mich ein richtig gutes Spiel gegen den FC Bayern gemacht, hatten zwischendurch schon mal eine kleine Schwächephase, haben dann sehr viel Pech mit der Schiedsrichterleistung gehabt. Von daher erwarte ich ein sehr ausgeglichenes, interessantes Spiel. Bin gespannt, wie schnell sich dann bei Leverkusen der Einfluss des neuen Trainers bemerkbar macht. Und einen Tipp, würdest du da einen Tipp geben? Ich glaube, das wird ein torreiches Spiel, aber eher ein 2-2. Vielen Dank erstmal Sascha. Wir holen dich gleich wieder zurück in die Show, wenn es um das Spiel Bayern München gegen Köln geht. Jetzt machen wir weiter mit Marcel. Hallo Marcel. Übrigens herzlichen Glückwunsch unserem Experten bei der Wettbasis.com, denn von den letzten neun Bundesligaspielen hat er 7 richtig getippt. Danke Carsten. So, dann machen wir auch gleich weiter mit dir mit dem Spiel am Freitag. Leipzig gegen Stuttgart. Finde ich extrem spannend. Definitiv. Es ist eine sehr, sehr spannende Begegnung, auch aufgrund des ersten Spieltags. Die Leipziger, die sich ein Stück weit plamiert haben gegen die BL von Mainz. Die Stuttgarter, die ein Feuerwerk abgebrannt haben mit fünf geschossenen Toren. Trotzdem hat es in den letzten sechs Duellen, die Leipziger haben sie fünfmal die Oberhand behalten. Das heißt, ich gehe auf jeden Fall davon aus, dass die Leipziger eine Trotzreaktion zeigen wollen. Bin aber trotzdem ein bisschen skeptisch, ob die Leipziger jetzt schon in der Verfassung sind, dieses Heimspiel zu gewinnen gegen selbstbewusste Stuttgarter und würde deshalb sogar sagen, dass Stuttgart auf jeden Fall in der Lage ist, einen Punkt zu holen. Doppelte Chance, x2, 280 in der Spitze, kann man auf jeden Fall mal anspielen. Schon mal ein extrem spannender Einstieg ins Wochenende. Machen wir weiter mit dem Sportclub Freiburg gegen Borussia Dortmund. Da ist ja auch immer ein Thema, was mitspielt. Erling Haaland, trifft der? Wie oft trifft der? Kann der die Torjäger-Krone gewinnen? Im Supercup hat ja Lewy schon mal wieder getroffen. Wie sind da die Aussichten und wie sind da die Quoten? Ja, momentan wird immer noch eine sehr, sehr attraktive 3,55 angeboten dafür, dass Haaland Torschützenkönig wird. Ja, man kann jetzt sagen, die Wahrscheinlichkeit ist ein bisschen gestiegen, weil er eben am ersten Spieltag ein Tor mehr zieht als Lewandowski. Trotzdem muss man einfach sagen, ja, im Supercup hat man es gesehen, der Lewandowski ist schon wieder in einer Top-Verfassung. Das heißt, obwohl Haaland sicherlich auf einem guten Niveau ist, auf einem sehr guten Niveau ist, ein guter Kontrahent ist gegen Lewandowski, bin ich nach wie vor der Überzeugung, dass Lewandowski einfach aufgrund der Tatsache, dass er beim FC Bayern-Spiel auch Torschützenkönig werden wird. Okay, und das Spiel? Freiburg gegen Dortmund? Ja, da bin ich, muss ich ganz ehrlich sagen, bei den Dortmundern. Sie haben mich überzeugt am ersten Spieltag gegen Frankfurt, auch wenn es defensiv noch so die ein oder andere Unstimmigkeit gab, die man dann auch im Supercup gesehen hat. Gerade so auf den Außenverteidiger- Position, denke ich, hat man gesehen, dass auf jeden Fall noch bessere Spieler bzw. Schlüsselspieler fehlen. Und trotzdem gehe ich davon aus, dass sie einfach gegen Freiburg gewinnen werden. Man darf nicht vergessen, von den letzten 20 Spielen hat Freiburg gerade mal eins gewonnen und das war tatsächlich das Letzte. Deswegen gehe ich da auf jeden Fall von einem Dortmunder Sieg aus und würde auch auf dem einfachen Dreiwegmarkt, würde ich den Dortmunder Sieg anspielen. Das hört sich nach einer nicht guten Bilanz von Christian Streich gegen den BVB an. Da hast du völlig recht. Christian Streich hat mittlerweile schon 13 Niederlagen gegen den BVB kassiert. Das heißt, so viele wie gegen keinen anderen Bundesligisten. Deswegen kann man sagen, für den Christian Streich, einen der kultiviertesten Trainer, einen der interessantesten Trainer der Bundesliga, ist das auf jeden Fall eine Powerbilanz gegen die Dortmunder. Christian Streich ist ja völlig aus der Diskussion, dass er mal entlassen wird, wenn er nicht selber sagt, er geht. Wie sieht es da bei den anderen Personalien aus, bei den anderen Trainern in der Bundesliga? Christian Streich sitzt am festesten im Sattel, wenn man das so sagen kann. Da gibt es natürlich auch noch ganz andere Kandidaten. Ich würde mal sagen, gerade Marc van Bommel zu Beginn der Saison. Er hat mittlerweile die deutlich niedrigste Quote für die erste Trainerentlassung. Aber auch in der Bundesliga hat Wolfsburg jetzt nicht den Topstart hingelegt. Gegen zehn Bochum haben sie sich sehr, sehr gemüht, muss man sagen. Wenn ich noch so ein Stück weit als Kandidat sehe, ist einfach auch Paul Dardai. Man darf nie vergessen, die Berliner haben enorme Ambitionen, der Big City Club gut eingekauft, viele erfahrene Spieler im Aufgebot. Trotzdem 3-1 gegen Köln verloren, auch größtenteils chancenlos gewesen. Deswegen würde ich die 15,0 in der Spitze für Paul Dardai auf jeden Fall auch im Blick behalten. Und dann kommen wir zum Samstagabend. Ein gutes Spiel, wirklich gutes Spiel im Westen, nämlich Leverkusen gegen Gladbach. Wo geht da die Reise hin? Ja, da geht die Reise in Richtung Unentschieden. Um dann gleich nochmal einen Tipp, Preis zu geben, auch wenn die Leverkusener die letzten drei direkten Duellen gegen Gladbach gewonnen haben, glaube ich, dass die Gladbacher mit dem 1-1 gegen Bayern, bei dem sie ja wirklich auch nah dran waren, das Spiel zu gewinnen, wenn ich damit die beiden strittigen Elfmetersituationen erinnere. Ich gehe davon aus, dass ein absolutes Spiel auf Augenhöhe stattfindet und würde mich deshalb auch, ja, auf ein Unentschieden auf X festlegen. Am Sonntag dann die Bayern gegen Köln. Ist da ein Überraschungspotenzial vorhanden, deiner Meinung nach? Nein, das glaube ich nicht. Also auch, wenn die Kölner wirklich einen sehr, sehr euphorisierten Start hingelegt haben und, ja, verdient 3-1 gewonnen haben und Steffen Baumgart jetzt schon in der Domstadt verehrt wird wie kaum ein anderer, sind die Bayern einfach zu stark. Man hat es im Supercup wieder gesehen, wenn sie wollen, wenn sie wirklich mal ihren Rhythmus gefunden haben, dann sind sie sehr, sehr schwer zu bezwingen von deutschen Mannschaften. Sie haben seit 14 Spielen nicht mehr gegen Köln verloren, sie haben die letzten sieben Spiele gegen Köln allesamt gewonnen und ich gehe auch davon aus, dass sie am Sonntag gewinnen werden und ich gehe sogar davon aus, dass sie auch ohne Gegentor gewinnen werden und spiele deshalb den Bayern-Sieg ohne Gegentor an mit einer 1,90 in der Spitze. Vielen Dank, Marcel. Und jetzt ganz kurz und knackig die anderen Spiele im Schnelldurchgang. Da haben wir Frankfurt gegen Augsburg. Ich sage, beide Mannschaften haben Probleme in der Defensive, beide Mannschaften treffen 1,66. Hertha-Wolfsburg. Hertha-Wolfsburg, bin ich mir nicht ganz sicher. Ich glaube aber, dass die Hertha eine Reaktion zeigen gegen verunsicherte Wolfsburger und sage, Toronto bet 1. Bochum-Mainz. Bochum-Mainz. Man darf jetzt nicht vergessen, die Mainzer haben nach wie vor Personalprobleme. Die Bochum haben einen relativ guten Auftakt hingelegt. Ich glaube an Tore, ich glaube an viele Tore, ich glaube an mindestens drei Tore und gehe auf das über 2,5. Fürth-Bielefeld? Ja, zwei Abstiegskandidaten, die auch am ersten Spieltag jetzt offensiv nicht zu überzeugen wussten. Deswegen glaube ich auch hier wenige Tore unter 2,5. Und am Sonntag haben wir dann nochmal Hoffenheim-Union. Da gehe ich ein Stück weit auf eine Überraschung. Auch wenn die Hoffenheimer einen guten Auftakt hingelegt haben, allgemein seit acht Bundesligaspielen ungeschlagen sind, glaube ich, dass Union Berlin hier einen überraschenden Auswärtssieg haben. Alles gut. Danke dir, Marcel. Sascha, zurück zu dir. Du bist in Berlin geboren, lebst aber schon seit langer Zeit in Bayern und hast auch mal für den FC gespielt. Deine Meinung jetzt? Holt der neue Mann mit der Mütze, holt Steffen Baumgart etwas Zählbares in der Allianz Arena? Ich glaube, dass der Steffen ganz genau weiß, wie er seine Jungs zu motivieren hat, wenn sie überhaupt Motivation brauchen gegen den Serienmeister. Aber auch die haben jetzt wieder den Dienstag in den Knochen, sehr intensive 90 Minuten. Also ich glaube nicht, dass es ein Schützenfest wird aus Bayerns Sicht, sondern dass da durchaus ein sehr, sehr enges Spiel zu sehen sein wird. Zu Beginn der Saison wird ja auch immer darüber verhandelt, welcher Trainer nicht so richtig passt zum Verein. Siehst du da schon irgendwelche Tendenzen, dass man da einen Trainer austauschen wird? Also ich bin sehr gespannt, ob es mit Dardai und Hertha jetzt nochmal passt. Ich glaube, dass das letztes Jahr der Richtige war, um hinten raus die Klasse zu halten. Dieses Jahr bin ich gespannt, wenn sie doch ein bisschen offensiver und ein bisschen, ja, sage ich mal, eher Richtung Europa vielleicht sogar schielen wollen, jetzt auch mit Bobic. Da bin ich sehr gespannt, ob das dann zusammenpasst. Und ansonsten bin ich sehr gespannt, was der Trainer aus Bern in Leverkusen dann letztendlich auf den Rasen da bringt. Da bin ich wirklich sehr gespannt. Ich glaube, dass der Marco Rose zu Dortmund super passt, dass das richtig gut klappen kann. Genauso wie Adi Hütter, glaube ich, zu Gladbach gut passt. Was natürlich interessant sein wird, Oliver Glasner in Frankfurt. Ohne Bobic, ohne die sportliche Führung. Also da bin ich auch sehr gespannt, was er am Ende der Saison dann reißen kann. Sascha, wunderbar. Das war auf den Punkt gebracht, detailliert. Gute Analysen zur Bundesliga und zum zweiten Spieltag. Immer gerne mal wieder und viel Spaß weiter mit den Jungs bei der Trainerausbildung. Danke dir. Ciao. Wir sind am Ende von beidfüßig Bundesliga. Aber wie ihr wisst, auf einem Bein kann man ja nicht stehen. Deshalb haben wir auch noch eine zweite Show, nämlich die zweite Bundesliga. Die sind ja bereits am vierten Spieltag. Das Ganze auch mit dem Experten Marcel Niesner. Und alle anderen Infos zu wichtigen Sportereignissen findet ihr wie immer auf unserer Internetseite wettbasis.com. Also bis nächste Woche. Viel Spaß und viel Erfolg an diesem Wochenende. Tschüss. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020